Hallo Leute, ich bin's, Gerry Niggins. Es ist der 31. März 2020, es ist ein Dienstag, der zwölfte Tag meiner Wohnzimmer-Konzertreihe. Da ist er wieder. Ich hoffe, es geht euch immer noch gut. Ihr seid gut drauf und lasst euch nicht unterkriegen von diesem Coronavirus. Die Leute, die arbeiten und sich das Video wieder später anschauen, schützt euch so gut es geht. Und die Leute, die zu Hause sind, bleibt zu Hause und geht nur raus, wenn es unbedingt sein muss, zum Einkaufen zum Beispiel. Für mich ist das im Moment echt ein Abenteuer. Egal, wo ich hinfahre, in welchen Lebensmitteln mag, da ist nichts da. Also wenig bis nichts ist da. Aber okay, das wird euch bestimmt genauso gehen. Ja, heute erfülle ich einen Liedwunsch für die Leute, die es nicht wissen sollten oder die zum ersten Mal dabei sind. Ich erfülle eure Liederwünsche. Wenigstens versuche ich es. Ja, also es gibt Lieder, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Da muss ich mich natürlich erstmal mit beschäftigen. Oder Lieder, die ich auch kenne, aber noch nie gespielt habe. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und ja, heute erfülle ich einen, den Liederwunsch oder den Liedwunsch von der Anja, von der Anja Kohlage. Den Namen darf ich ruhig sagen, weil die Anja Kohlage ist die Leiterin unseres Fanclubs. Und wenn ich sage unseres, dann meine ich Gerin Diggins and the Cole Miners. Geht mal auf die Facebook-Seite. Fanclub Gerin Diggins and the Cole Miners. Da werdet ihr einiges von uns sehen. Wird doch immer alles geteilt. Auch diese Videos werden da auch geteilt. Und die Anja hat sich den Ghost Rider gewünscht. Und jetzt weiß die Anja natürlich auch, dass das Lied, wenn wir das mit Gerin Diggins and the Cole Miners spielen, natürlich sensationell klingt. Ja, also das ist wirklich toll. Wer es noch nicht gehört hat, schaut mal wieder, wenn wir diesen ganzen Mist hinter uns haben, dass ihr mal Konzerte nicht nur von uns besucht, sondern von allen Musikern, die in eurer Nähe spielen. Geht dahin und unterstützt die Musiker. Denen geht es jetzt richtig, richtig schlecht. Die davon leben müssen. Mein lieber Mann und auch die Veranstalter, die müssen auch richtig, richtig krebsen. Aber ich glaube, irgendwie geht es der Wirtschaft insgesamt schlecht. So, ich versuche mal den Ghost Rider zu spielen, nur mit einer Gitarre. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 EPIO, EPIA Zeitung des ZDF, 2020 EPIO, 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 EP das an, wir würden uns freuen. Ja, lasst mir wieder eure Likes da, eure Kommentare, das ist wirklich toll, was ihr mal schreibt, ich freue mich da wirklich riesig drüber, ja, und da bereitet ihr mir wirklich eine Freude mit, muss ich wirklich sagen, und ich hoffe, ich bereite euch immer noch eine Freude, und ein Video dürft ihr selbstverständlich teilen, aber die Leute, die sich was wünschen, also ein Lied wünschen, bitte auf meiner Seite das Lied wünschen, nicht irgendwo auf einer geteilten Seite, das sehe ich nicht, das sage ich jeden Tag, aber trotzdem passiert es immer noch, und die Likes auch, wenn ihr das Video liked, dann auf meiner Seite, dann sehe ich es, und ich freue mich auch darüber, und nicht auf irgendwelchen geteilten Seiten, ich meine, ihr könnt da natürlich das Video auch teilen, aber wäre schön, wenn es auf meiner Seite auch macht, also liken. Ja, das war es für heute, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische, lasst es euch gut gehen, so gut es eben geht, passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns morgen, und bis dahin sage ich, keep it country, ihr und euer Geri Neginz. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.